Das Ulrichsfest in Oberaich hat schon Tradition. Wir waren am Sonntag beim Frühschoppen einer der Höhepunkte mit den weit über die Grenzen hinaus bekannten Stollis für Sie dabei. Es gibt in Oberaich sehr viele traditionelle Feste, aber das Ulrichsfest hat einen Ursprung, zurückgehend auf 30 und 40 Jahre auf Tradition. Es war früher in so einem kleinen Rahmen, wo sich die Leute zusammengesetzt haben zum Heiligen Ulrich und so ist das entstanden, das ist das große Fest der Dachtenkapelle Oberaich. Ich glaube, man kann stolz sein. Wir haben gestern gesehen, die Jugend fühlt sich wohl, heute fühlen sich die älteren Menschen wohl und ich glaube, das ist einfach die Heimat, dass man gemeinsam feiern will gewisse Patrone, die man hat.